Sich verlieben. Alle sagen, es sei das Schönste, was einem Menschen im Leben passieren kann. Doch da irren sie sich gewaltig. Liebe ist Krieg. Kaguya Shinomiya ist ein wahres Genie. Miyuki Shirogane. Er hat den besten Notendurchschnitt der Schule. Die beiden sehen so toll zusammen aus. Meinst du, die beiden sind ein Liebespaar? Jemand wie ich würde doch nie im Leben mit jemandem wie dem da etwas anfangen. Obwohl, unter gewissen Voraussetzungen hätte er vielleicht doch eine Chance bei mir. Wenn Kaguya mich jetzt fragt, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Sie sind beide zu stolz, um sich gegenseitig ihre Liebe zu gestehen. Deswegen ist ihre einzige Alternative, den anderen zu einem Geständnis zu bewegen. Beide Superhirne laufen auf Hochtouren, um die nächsten zwei oder drei Züge des Gegenübers zu erahnen. Wer sich als Erster verliebt, der hat schon verloren. Wer sich als Erster bewegen, um den Weg zu erinnern, um die nächste Schöpfung zu erinnern. Wer sich als Erster verliebt, der hat schongasp in Renn 들어 empfangen, um die Zeitung zu erinnern. Wer sich als Erster verliebt, der hat schon erlebert, was zu erinnern. Wer sich als Erster verliebt, der hat schon ganz wenige Geber's zu erinnern. Wer sich als Erster verliebt hat, was er in der Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020